Herzlich Willkommen zu unserem neunten Studium zum Thema Christus und sein Gesetz. Wir haben in den letzten drei Studienstunden betrachtet einige Zusammenhänge, versucht einige Definitionen zu geben über gewisse Begriffe, damit man einen festen Stand hat im Glauben. Wir haben heute das Thema Christus, das Gesetz und das Evangelium. Und heute wollen wir uns um das kümmern, was an sich, ja, wir versucht haben, schon so manches mal auszudrücken, was der Apostel Johannes in seinem Evangelium sagt, wenn er spricht in Johannes Kapitel 1, Abvers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. So, wir haben auf der einen Seite das Gesetz und es wurde ein Gesetz deutlich gemacht, weil wir wissen, dass der Moses der Erste war, der etwas niedergeschrieben hat. Die Bücher Mose sind die ersten Bücher, die die Bibel hat, die Tora, die Gesetzbücher. Deshalb sagte Johannes, dass das Gesetz durch Moses gegeben ist. Gott hat es ihm offenbart, durch ihn ist es geschrieben worden. Aber das bedeutet nicht, dass das Gesetz vorher nicht Bestand des Lebens war. Aber er will etwas hervorbringen, nämlich die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus. So, Moses tut einen Beitrag, auch im Hebräerbrief finden wir, dass im Hebräer Kapitel 4, dass der Apostel Paulus sagt, Moses war treu in seinem Hause als ein Diener, aber Christus ist treu in seinem Hause als ein Sohn. Und das Haus sind wir, so wir festhalten an dem, was wir glauben und in Christus wandeln. So, es ist immer ein Vergleich, ein Zusammenhang zwischen Moses und Christus. Christus selbst sagt in Johannes 5, glaubt ihr Moses, dann würdet ihr auch mir glauben. So, es ist kein Widerspruch zwischen Moses und Christus. Nur durch Moses wurde uns etwas gezeigt, die Rolle des Gesetzes und durch Christus wird uns die Erfüllung des Gesetzes gezeigt, was letztendlich auch die Wahrheit ist. Weil die Sünde ist die Lüge, der Glaube an eine Lüge und die Wahrheit ist der Glaube an eine Wahrheit, eine Befreiung. Deshalb gibt es zwischen dem, was Christus uns bringt hier, er sagt die Gnade und die Wahrheit, ein deutlicher Zusammenhang. Er sagt in Johannes 8, sagt Christus seinen, den Juden, die an ihn glauben, in Vers 31, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glauben, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, wir haben hier Menschen, die glauben an Jesus. Ja, sie glauben an ihn und Jesus nimmt das gerne an und sagt, wenn ihr aber jetzt bleibt in dem, was ich euch gesagt habe, dann werdet ihr erkennen, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, es geht um einen Prozess. Der Glaube bringt mich in Christus hinein und dann muss ich in Christus bleiben und wachsen. Wenn ihr an meinem Wort bleibt, das heißt, mein Wort haltet, es tut, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und tut und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Oh, das war nicht so angenehm für die Juden, die an ihn glaubten. Sie dachten, sie sind ja nicht schon frei. Sie dachten, alles ist in Ordnung in ihrem Leben. Aber Jesus sagt ihnen dann, in Vers 34, Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Das bedeutet, er ist nicht in der Wahrheit, er ist nicht im Licht und er ist nicht in der Gnade. Dasselbe schreibt Johannes in seinem Brief an die Gemeinde, wenn er sagt, Kapitel 3, Vers 6 angefangen, Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemand verführen, wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. So, ich denke, das sind einige klare Texte, die uns zeigen, dass es zwischen dem Gesetz und Christus keinen Widerspruch gibt, sondern durch Mose wurde das Gesetz gegeben. In Christus finden wir die Lösung, die Erfüllung des Gesetzes. Wir kommen aus der Finsternis zum Licht der Wahrheit. Wir kommen aus der Lüge zur Wahrheit. So, lasst uns noch einmal ganz deutlich sehen, welches ist denn die Funktion Mose, welches ist die Funktion des Gesetzes. Und ich denke, wir haben es in der Lektionsbetrachtung schon häufig gesehen, dass die Funktion des Gesetzes den Menschen die Sünde zeigt und ihn als Folge dessen, dass er sündig ist, er sterben muss, weil es kein Leben gibt ohne das Erfüllen des Gesetzes. So, nehmen wir das Gesetz und wir wissen, dass das Gesetz ja selbst keine Kraft hat. Das Gesetz wird von Gott, der es gegeben hat, in Kraft gesetzt. Und dieses Gesetz hat jetzt hier den Menschen, in dem der Mensch gestellt ist. So, das ist der Mensch. Und dieser Mensch muss, um zu leben, dem Gesetz entsprechen. Man könnte es auch so malen, dass der Mensch hineingesetzt ist in das Gesetz. So, jetzt ist aber durch die Sünde der Mensch nicht mehr im Rahmen des Gesetzes. Und jetzt verurteilt ihn das Gesetz. So, wenn der Mensch hier drin ist, ist alles in Ordnung. Fällt er daraus durch die Sünde, dann ist die Folge der Tod. Gibt gar keine andere Lösung. Das Gesetz Gottes, wenn der Mensch aus dem Gesetz herauskommt, quasi hier sündigt, dann stirbt er. Das ist der Zustand, in den der Mensch hineingekommen ist, dadurch, dass Adam und Eva gegessen haben von der Frucht, die Gott gesagt hatte, dass sie nicht essen sollten. Und damit haben wir gesehen, wurde der Mensch verändert, er bekam eine sündige Natur, er kommt jetzt tot auf die Welt, er ist nicht mehr lebendig. Und Gott kommt mit einem Plan, um den Menschen wieder zu erlösen. und das ist die Gnade, die durch Christus kommt und die Wahrheit. Was muss jetzt die Gnade tun? Wir haben es ja schon mal betrachtet, von den drei Punkten, aber noch einmal in einer ganz klaren Sache betreffend der Funktion des Gesetzes. Das Gesetz verurteilt durch die Sünde fällt der Mensch daraus und es folgt der Tod. Aber wir müssen schauen, es ist der Mensch, der hier sterben muss. Ja, er ist jetzt mit der Sünde behaftet, er ist geändert. durch die Tat der Sünde ist er in einem Zustand, wo das Gesetz nicht mehr halten kann und er muss sterben. Was macht das Gesetz aber sonst noch, wenn es den Menschen nicht verurteilt? Wie kann man dem Gesetz Genüge leisten, damit es auch wirklich erfüllt wird? Nun, das Gesetz, wenn es den Sünder und die Sünde verurteilt zum Tod, auf der anderen Seite, wenn nichts zu verurteilen gibt, dann ist der Mensch nicht schuldig vor dem Gesetz. So, es gibt zwei Wege, die wir einschlagen können im Verständnis der Erlösung des Menschen. Der eine Weg, und wir haben das immer wieder betrachtet, ist, dass wir sagen, okay, der Mensch ist in Sünde gefallen, er hat jetzt das sündige Fleisch, er hat die sündige Natur, ist unfähig, mehr dem Gesetz zu entsprechen, er bleibt außerhalb des Gesetzes, so ist er dem Tod verdammt. Und jetzt kommt die Erlösung durch Christus, die führt dazu, dass auch wenn der Mensch das Gesetz nicht mehr erfüllen kann, er dennoch dem Tod entkommt. weil wir sagen, jemand zahlt für ihn den Preis. Jemand stirbt an seiner Stelle, somit, dass der Mensch trotz seiner Sünde leben kann. so das ist die Meinung der meisten Christen, wie Erlösung passiert. Und man verwendet manchmal so ein Bild wie das eines Räubers, der gestohlen hat, weil seine Familie zum kein Essen hat und er wird gefangen. Der Richter verurteilt ihn zu 10 Dollar, aber bezahlt ihm die 10 Dollar und tut dann noch die andere Gesellschaft mitschuldig machen, weil er stehlen musste, weil ihn niemand erhalten hat und der Mann geht hinweg vom Gericht bestraft, aber dennoch frei. Er musste nichts mehr bezahlen, er konnte jetzt alles ganz deutlich ging nach Hause wunderbar. Und so sagen wir, so hat es auch Gott mit uns gemacht. Er kann am Gesetz nicht vorbei, er muss uns verurteilen, aber er verurteilt einen anderen an unserer Stelle und so kann er am Gesetz vorbei uns nicht zu verurteilen. Und so können wir stehen und leben, auch wenn wir immer sündig bleiben, weil er hat ja den Tod durch ein Opfer hat er das Gesetz befriedigt. Durch ein Opfer hat er die Folge des Gesetzes quasi eliminiert. Und damit ist jeder frei. Er kann nicht, weil es ist unmöglich, wir haben es gesehen, auch der Schreiberelektion hat das Verständnis nicht, er kann der Heiligkeit des Standards des Gesetzes nicht mehr entsprechen und das nicht in dem Gnadenzustand der Befreiung, sondern in dem erlösten Zustand. Ich weiß nicht, wie die Theologen zurechtkommen mit Johannes, der sagt, oder Christus zitiert, er sagt, wer der Sünde tut, ist der Sünderknecht. Ich weiß nicht, wie man vorbeigehen kann an der Situation, wo Johannes sagt, wer die Sünde tut, der ist nicht von Gott geboren und der kennt Gott nicht. Genauso wie Johannes sagt, wer nicht lieben kann, ist von Gott nicht geboren und er kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. So, wie wollen wir an diesen Texten vorbei, wenn wir denken, dass Christus kam, uns von der Folge der Sünde zu befreien und nicht von der Sünde selbst. So, das Bild, dass Gott für den Räuber die Rechnung bezahlt, damit der dann vielleicht geht und weiter rauben kann, ist nicht Gerechtigkeit und auch nicht die, die wir in der Heiligen Schrift finden, als solche. Der Erlösungsplan ist nicht so gedacht, dass die Schuld eines Menschen bezahlt wird, dass er nicht mehr dafür Rechenschaft ablegen muss. Nein, damit ist die Gerechtigkeit nicht gemeint. Das widerstrebt unserem ganz normalen Wesen und Sein. Vor dem Gesetz muss der Mensch stehen und zwar in einem unschuldigen Zustand und versuche das vielleicht so zu malen, dass wenn hier Adam gefallen ist, er jetzt ein neuer Mensch ist. Hier hat er noch, wir machen das Rot, den Geist Gottes und die Liebe, hier hat er das Schwarz, da ist nichts mehr von der Liebe und vom Geist Gottes, das Fleisch kann Gott nicht erkennen, hier ist er wiederhergestellt und er hat wieder die Liebe, das Gesetz rechtfertigt ihn. Wisst ihr, das Gesetz würde nämlich aufgehoben werden, wenn Jesus für die Konsequenz sterben, gestorben wäre. Das ist nicht einbegriffen, lasst uns eins und zwei zusammenziehen, das ist mit einbegriffen, aber wenn das hier nur gelöst werden muss und der Mensch sowieso im irdischen Zustand nie die Sünde überwinden kann, dann ist der Plan der Lösung ein Trick Gottes, um uns anhand seines Gesetzes herum dennoch erlösen zu können. das wäre ein Widerspruch, das würde uns ablehnen, ja, der Richter bezahlt die Strafe für den anderen, damit er weiter rauben kann, weil er kann ja nicht anders, wenn er wenn ihn die anderen nicht unterstützen und wenn er so arm dran ist, er kann nicht anders, er muss seine Familie erhalten, so muss er Räuber machen. Aber wir nehmen dieses Beispiel und sagen, ja, so hat Gott es mit uns gemacht, aber lasst uns doch mal ein Beispiel nehmen, hier sitzt vor Gott ein Mörder, der hat die Tochter, eure Tochter missbraucht und umgebracht und jetzt, wie wollt ihr, dass Gott gerecht handelt? Schmeißt er dann noch die 10 Dollar rein und sagt, okay, bist frei, geh. Das hatte mit Gerechtigkeit hat das nicht zu tun. Deshalb, was Gott machen muss und das ist das, was unmöglich ist, auch nur manchmal für uns zu verstehen, er muss den Sünder, der unter das Gesetz gefallen ist, in den Zustand bringen, vor dem Gesetz heilig zu sein, so dass er keinen Tod mehr erlebt. Das heißt, aus der Sünde, aus dem Schuldigsein gegenüber dem Gesetz, muss der Mensch dem Gesetz gegenüber unschuldig werden. dann ist er gerechtfertigt. Das Gesetz bleibt dann bestehen. Es wird nicht übertrickst, es wird nicht irgendwie auf die Seite geschoben. Deshalb ist es ganz klar, die Analogie der meisten Christen ist, ist logisch, ist Christus gestorben, damit ich nicht für das, was ich tue, verantwortlich bin, dann ist es ganz klar, dann gibt es kein Gesetz mehr für mich. Dann kann ich tun, was ich will, weil der Tod ist ja für mich aufgehoben, weil ich kann ja nicht mehr, als Mensch bin ich unter die sündige Fleisch verkauft und ich werde zwar ein paar Verbesserungen machen, ich muss das Gesetz zwar halten, aber wer will schon an den Standard dieses Gesetzes Heiligkeit herankommen, das ist unmöglich, also bleiben wir wie wir sind, weil wir immerhin haben wir Christus, der uns zudeckt mit seiner Gerechtigkeit und mit seinem Tod hat er alles bezahlt und Gott kann nicht anders außer mich zu erlösen, wenn ich nur daran glaube, wenn ich es nur glaube, dann ist für mich die Sache gegessen. Ich weiß, Christus ist für mich gestorben, er bedeckt mein Leben und auch wenn ich es nicht schaffen sollte, die Sünde völlig zu überwinden, dann muss ich nichts befürchten, weil der Effekt des Gesetzes an mir ist abgeschafft durch das Leben Jesu und ich kann tun wie ich will das ist nicht die Funktion des Evangeliums kann es nicht sein weil wir finden in der Schrift dass es entscheidend ist dass der Mensch von der Verdammung des Gesetzes befreit wird indem er nicht mehr sündigt nämlich das Gesetz findet nichts mehr an ihm was ihn verdammen soll also folgt als Folge hier das Leben oder das ewige Leben wo es keine Verdammnis mehr gibt das gegenüber dem Gesetz kann ich leben die Verdammnis wird nicht aufgehoben dadurch dass für mich dadurch dass jemand den Tod von mir wegnimmt damit ist doch die Sünde immer noch da deshalb müssen wir Ursache und Wirkung nicht voneinander trennen deshalb müssen wir sehen was hat das Gesetz für eine Funktion es hat die Funktion das Leben zu regeln jeder der im Rahmen des Gesetzes lebt jeder der außerhalb des Rahmens des Gesetzes ist stirbt der Mensch ist aus dem Rahmen herausgekommen er hat gesündigt und nun ist die Folge der Tod Gott muss ihn aber jetzt den Menschen durch die Gnade wieder so herstellen dass wenn er vor dem Gesetz steht er keine Verdammnis mehr ist kein Verdammungsurteil mehr möglich ist weil vor dem Gesetz ist der Mensch jetzt völlig schuldfrei sündfrei und das Gesetz hat nichts was es verdammen soll so aus einem schuldigen aus einem schuldigen muss ein unschuldiger werden aus dem der einmal eine Sünde getan hat und den Sünde gefallen ist muss ein Mensch werden der vor dem Gesetz nichts mehr hat womit ihn das Gesetz verurteilt das muss die Gnade und die Wahrheit haben wir gesehen im Leben des Menschen tun ein paar biblische Stellen die uns zeigen dass es nicht das Problem der Vergebung bei Gott ist die den Menschen rechtfertigt sondern das richtige Handeln des Menschen rechtfertigt ihn vor dem Gesetz und so schreibt der Apostel Paulus hier in Römer Kapitel 2 Vers 13 denn vor Gott sind nicht die gerecht welche das Gesetz hören sondern die welche das Gesetz befolgen oder tun sollen gerechtfertigt werden die das Gesetz tun sollen gerechtfertigt werden im Brief des Johannes im Kapitel 2 ab Vers 28 sagt er so und nun Kinder bleibt in ihm damit wir Freimütigkeit haben wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft was müssen wir bei seiner Wiederkunft sein uns nicht schämen wofür schämen es gibt nur eine Sache wofür wir uns schämen müssen für unsere Sünde so bei der Wiederkunft Jesu muss ein Volk dastehen das mit nichts zu beschämen ist wenn ihr wisset dass er gerecht ist so erkennt auch dass jeder der die Gerechtigkeit tut aus ihm geboren ist jeder der die Gerechtigkeit tut ist aus ihm geboren wir haben das Bild im Zacharia wo der hohe Priester Joshua vor der Anklagebank steht und da ist Satan der ihn verklagt und Joshua ist mit befleckten Kleidern angezogen und es erstaunlich dass die Anklage nicht dadurch gelöst wird dass ich sage jetzt mal jemand die Strafe für Joshua übernommen hat sondern dass dem Joshua neue Kleider angezogen werden die alten werden ausgezogen und er kriegt ein neues Kleid und in dem Moment wo er ein sauberes Kleid hat was kann der Ankläger noch tun was kann das Gesetz noch verdammen so der Joshua wird dazu umgewandelt dass er aus einem Sünder ein nicht mehr Sünder wird das ist das Ausziehen und der Umziehen der Kleider wir haben gelesen letztes Mal in Offenbarung Kapitel 12 dass die Überwinder im Kapitel 11 und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnis willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod und in Offenbarung 7 wo es um die letzte Generation geht wo es um die 144.000 geht im Vergleich zu den anderen Erlösten aus allen Zeiten wird geschrieben hier im Vers 13 Offenbarung 7 und einer von den Ältesten griff das Wort und sprach zu mir wer sind diese die mit weißen Kleidern bekleidet sind und woher sind sie gekommen und ich sprach zu ihm Herr du weißt es und er sprach zu mir das sind die welche aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen im Tag und Nacht in seinem Tempel und er auf dem Thron sitzt wird sein Zelt aufschlagen über ihnen und sie werden nicht mehr hungern und so weiter und das Lamm das inmitten des Thrones ist wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasser und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen die 144.000 sind die einzigen die aus der großen Trübsal kommen sind die einzigen die durch die Zeit hinausgehen wo keine Gnadenzeit mehr ist wo es keine Vergebung mehr gibt im himmlischen Heiligtum und sie bestehen und haben ihre Kleider gewaschen sie sind in den Zustand gekommen dass das Gesetz an ihnen nichts mehr findet sie zu verurteilen deshalb werden sie vor Gott stehen weil sie eins sind mit seinem Gesetz deshalb wird das Lamm sie weiden sie haben keinen einzigen Diskrepanz es gibt kein keine Sache die zwischen ihnen steht so die Erlösung des Menschen muss ihn von der Sünde befreien nicht von ihrer Folge es ist automatisch so wenn du nicht mehr sündig lebst du wenn du aus dem in der Sünde bleibst dann stirbst du dann bist du tot und bleibst tot aber kommst du aus dem Tod zum Leben weil jeder der außerhalb des Gesetzes ist tot das sagte Johannes sehr deutlich er macht es so klar in seinem Brief hier in Kapitel 3 Abvers 13 verwundet euch nicht meine Brüder wenn euch die Welt hasset wir wissen dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind denn wir lieben die Brüder wer den Bruder nicht liebt bleibt im Tod ist also deutlich wie ich denke jetzt nichts deutlicher sein kann wer den Bruder nicht lieb hat der bleibt im Tod hier sind wir im Tod als Folge sind wir tot aber wir sind auch deshalb tot weil wir dem Gesetz nicht entsprechen können so das Opfer Christi das Kreuz von Golgatha muss irgendetwas tun hier damit ich aus dem Tod zum Leben komme die Gnade macht es dass ich aus dem Tod durch den Tod wenn wir so wollen zum Leben komme und wieder meinen Bruder lieben kann auch wenn er böse ist so der Mensch in Sünde gefallen ist in einem Zustand des Todes er muss erlöst werden die Erlösung hat ein Ziel und ein Zweck ihn fähig zu machen dem Gesetz zu entsprechen deshalb ist und wird es immer sein die Bedingung für die Erlösung ist die Erfüllung des Gesetzes die Bedingung des ewigen Lebens wird immer sein die Erfüllung des Gesetzes der Liebe Gottes deshalb erkennt man die die in Christus sind an seiner Liebe haben haben sie seine Liebe nicht sind sie das Bösen sind sie Kinder des Bösen nicht die Kinder Gottes so diese Wahrheit wird heute durch das ich sage jetzt mal falsche Evangelium durch eine Verdrehung der Wahrheit durch eine Verdrehung der Reihenfolge durch eine Verlagerung des Schwerpunkts das ist nicht einmal die ganze Lüge was gesagt wird durch eine Verlagerung des Schwerpunkts ja er hat auch die Folge der Sünde weggenommen den Tod aber durch eine Verlagerung des Schwerpunkts kommt das ganze Evangelium in eine Schieflage und der Mensch kommt nicht zum Ziel dessen wozu Gott das Evangelium gegeben hat das Evangelium ist gegeben dass der Mensch frei wird aus der Gefangenschaft der Sünde und jede andere Theologie jede andere Lehre wäre mit Gottes Gerechtigkeit mit der biblischen Wahrheit nicht vereinbar nicht vereinbar ein Leben und eine Befreiung des Menschen ohne dass er frei wird von der Sünde deshalb ist Christus nicht gekommen die Menschen die an ihn glaubten mussten in seiner Wahrheit bleiben und die Wahrheit würde sie freimachen nämlich völlig frei vom Gesetz der Sünde so wie der Paulus es beschreibt im Kapitel 6, 7 und 8 im Römerbrief oh ich elende Mensch wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes ich danke Gott durch Jesus Christus er hat mich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes und gibt mir die Fähigkeit durch den Geist das Gesetz wieder völlig zu halten zu seinem Standard in voller Maße zu kommen ohne wenn und aber weil es geht jetzt nicht mehr um eine menschliche Möglichkeit es geht um eine göttliche Möglichkeit deshalb das Gesetz die Erlösung muss etwas schaffen was den Menschen völlig verändert und der Paulus schreibt das und die Bibel ist ich da schlüssig und einig in allem was sie schreibt von Anfang bis zum Ende und ich lese es hier in Galater 6 weil es so schön zusammengefasst ist Vers 15 denn in denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas sondern eine neue Schöpfung derselbe schreibt im zweiten Korinther Kapitel 5 Vers 17 deutlich und ohne das das wir es missverstehen könnten darum ist jemand in Christus so ist er eine neue Schöpfung das alte ist vergangen siehe es ist alles neu geworden so es muss eine neue Schöpfung da sein damit der Mensch erlöst werden kann weil er kann so nur im Tode bleiben er muss wieder neu geschaffen werden und so führt der Lösungsplan in Jesus Christus deshalb kommt die Gnade und die Wahrheit die Erlösung durch Jesus Christus weil er kommt und macht das was für den Menschen unmöglich ist möglich auch wenn der Mensch sterben würde für seine Sünde es würde ihn ja nicht mehr zum Leben erwecken deshalb muss Gott durch die Gnade etwas tun wodurch er den Menschen befreien kann und das tut er in Jesus Christus so das Leben Jesu und sein Kreuz haben eine klare Richtung und ich habe das gemalt und ich male es vielleicht immer wieder nochmal ist eine Skizze die so einfach ist und dennoch so in meinen Augen ziemlich leicht den ganzen Erlösungsplan Menschen beschreibt Christus kommt auf diese Welt er kommt mit einer Natur wie er sie von der Maria erbt mit einer sündigen Natur er kann gar nichts anderes von ihr erben außer einer sündigen Natur weil jeder Mensch ist durch das Erb gesetzt in die sündige Natur wird er geboren das heißt er wird tot geboren weil jeder der in der sündigen Natur lebt kann nichts anderes als sündigen die sündige Natur macht noch niemanden zum Sünder weil Henoch hatte eine sündige Natur und er wurde in Himmel genommen er wurde verwandelt er brauchte eine neue Kreatur aber er hat in einer sündigen Natur die Sünde vollkommen überwunden der Elia auch deshalb ist es Christus nicht möglich die Sünde in einer sündigen Natur zu überwinden die Bibel sagt es ganz deutlich er wurde Mensch er wurde Fleisch und Blut und Fleisch und Blut können die das Reich Gottes nicht sehen so Christus wurde Fleisch und Blut er wurde so wie wir aber er hatte etwas weil er wurde nicht nur von Maria geboren er kam auch vom Vater durch den Heiligen Geist so hatte er auch die göttliche Natur und er war als Mensch ähnlich so wie man könnte sagen Adam bevor er gesündigt hatte in dem Sinne dass er auch die göttliche Natur hatte die der Adam nach dem Sündenfall nicht mehr hat so Christus kommt mit der sündigen Natur und mit der göttlichen Natur er kommt also nicht nur von einem Menschen geboren sondern von einem Menschen und von Gott geboren und das ist das Geheimnis der Inkarnation das ist das Geheimnis der Menschwerdung Christi auf auf jeden Fall kam er mit zwei Naturen es ist mir wichtig dass wir verstehen und er hatte die göttliche Natur die rot ist und das war nicht seine Gottheit die hat er abgelegt sie wurde in dieses menschliche ein wie soll ich sagen ver ja sie 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 wurde sozusagen zur Seite gelegt abgedeckt durch die menschliche Natur so er hatte also eine menschliche Natur die aus zwei Teilen bestand aus einer sündigen menschlichen Natur und aus einer geistigen Natur von Gott und weil er die geistige Natur hatte konnte Christus durch das Leben gehen ohne nicht einmal zu sündigen weil seine sündige Natur wurde durch die geistige Natur völlig in Schach gehalten sie kam nie zum Ausüben es war notwendig vor dem Gesetz damit Christus überhaupt unser Stellvertreter werden kann um uns zu erlösen musste er das Gesetz komplett erfüllen komplett erfüllen so er musste sündlos sein weil das Gesetz erfordert nicht den Tod es erfordert ein gerechtes Leben und dieses gerechte Leben musste dem Gesetz gegenüber gebracht werden Sonst gibt es keine Lösung vor dem Gesetz ist jeder der sündigt tot jeder deshalb musste Christus in seinem Leben bis zum Kreuz ein völliges Leben ohne Sünde leben versucht werden so wie wir er musste durch Dinge gehen und musste durch seine göttliche Natur die er von dem Vater hatte durch die Kraft des Heiligen Geistes er sagte wir haben es gesehen der Vater lebt in mir und ich im Vater dieses Zusammenleben dieser zwei brachte es zustande dass Christus von seiner Geburt an bis zu seiner Kreuzigung und Tod in einer sündigen Natur ausgestattet auch mit der göttlichen Natur völlig sündenfrei leben konnte weil die Natur macht niemanden zum Sünder wir die die wir leben wollen wenn Jesus kommt müssen nach der Schrift völlig sündenfrei sein damit wir verklärt werden können in sein Ebenbild wenn er kommt der Petrus sagt es so deutlich in seinem Brief an die Gemeinden im zweiten Brief des Petrus Kapitel 3 und er sagt es ohne wenn und aber ab Vers 11 dann und dies alles aufgelöst wird wie sehr sollt ihr euch auszeichnen durch einen heiligen Wandel dieser heilige Wandel kann nur vom Gesetz beurteilt werden und wenn das Gesetz mich heilig spricht dann bin ich heilig wenn das Gesetz mich aber verurteilt dann bin ich verdammt durch einen heiligen Wandel und gerecht Gottes Furcht indem ihr das kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegen eilt an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde in denen Gerechtigkeit wohnt darum Geliebte weil ihr dies erwartet so seid eifrig darum bemüht dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden der Petrus hat eine klare Sicht des Evangeliums er sagt ihr wisst Geliebte er kommt und er wird einen neuen Himmel machen und auf diesem neuen Himmel dieser neuen Erde wohnt Gerechtigkeit Gerechtigkeit heisst das Gesetz wird erfüllt das Gesetz wird gelebt und damit ihr wohnen könnt auf dieser neuen Erde sagt er darum darum tut fleiß daran seid eifrig bemüht der Luther glaube ich übersetzt tut allen fleiß daran komplette Anstrengung komplette komplettes tun tun das ihr unbefleckt wenn wenn ich von vornherein sage oh ich elender mensch ich kann doch nicht vor gottes gesetzt je unbefleckter sein ja ich weiß es nicht wie aber dann werde ich nicht erlöst aus glauben dann werde ich erlöst aus sehen dann werde ich nicht erlöst aus Hoffnung aber ich bin auf Hoffnung und aus Hoffnung erlöst nicht aus realität meine erfahrung der vergangenheit mein in mich hinein blicken geben mir keinen hinweis dass ich je unbefleckt und tadellos vor gottes gesetzt stehen könnte es ist allein sich und allein mein glaube der das tut worauf ich auch arbeite und nach vorne gehe ich habe kein einziges indiz das ich schaffen könnte aber hätte ich eins hätte ich keine chance erlöst zu werden weil es gibt kein indiz das ich schaffen könnte sonst müssten wir nicht glauben sonst müssten wir und würden wir nicht gerechtfertigt durch den glauben weil der Glaube ist auf Hoffnung und ich hoffe ich habe das letztes Mal deutlich erklärt ich muss es nicht noch einmal erklären aber es ist mir wichtig dass wir die punkte verstehen und wir lernen sie nur wenn wir sie immer wieder hören immer wieder ausleben immer wieder praktizieren nur dadurch kommt etwas in übung dadurch kommen wir vorwärts ich will am tage jesu kommen unbefleckt und tadellos dastehen ich kann es aber nur durch den glauben glauben dass es möglich ist deshalb möchte ich einer der gläubigen sein nicht einer der ungläubigen die sagen es geht nicht so wie die israeliten an der grenze kanans die riesen sind zu groß die enachskinder und die die ganzen städte sind uneinnehmbar jericho uneinnehmbare stadt wer soll sie einnehmen ja und gott sagt ihnen geht vorwärts zieht ein jose und kaleb sagen wir werden sie aufessen woher hatten die das sie waren des glaubens sie haben durch den glauben etwas für möglich gehalten was die reellen augen nicht für möglich hielten der glaube hält immer das so ist er kein glaube so ist er keine hoffnung die anderen die anderen zehn und vielleicht ist es ja auch heute so vom Schnitt in der Gemeinde zwei glauben ein paar prozente glauben auch wenn sie es nicht beweisen können dass es möglich ist dass sie eines tages tadellos und unbefleckt vor Gott stehen und tun allen fleiß daran und bemühen sich und wollen es erschaffen nicht durch eigene kraft das wäre die falsche methode weil es gibt durch eigene kraft keine möglichkeit was auch immer jemand tut der wird es nie schaffen aber durch den glauben können durch den glauben können wir es alle schaffen die anderen zehn und der rest des volkes war realistisch und sie haben geweint die ganze nacht und sie haben gesagt das ist nie möglich genau dasselbe tun wir deshalb sind wir noch hier wir sind noch nicht nach kanan eingegangen wir haben die wiederkunft christi noch nicht herbeige gebracht weil wir nicht glauben dass das land einnehmbar ist weil wir nicht glauben dass wir leben können in einer sündigen natur gerecht natürlich ausgestattet mit der göttlichen natur so wir müssen bei der wiederkunft jesu unbefleckt und tadellos das gesetz darf uns nicht mehr verurteilen wenn es uns verurteilt dann sind wir tot deshalb musste christus ein leben leben in seiner in seinem leben das völlig gerecht war wäre einmal gesündigt dann hätte er das gesetz nicht erfüllen können aber er musste das gesetz als mein stellvertretter wie wir sehen werden erfüllen damit ich gerechtfertigt werde und eines tages tadellos vor dem gesetz stehen kann und das verurteilt mich nicht mehr ich möchte ein zitat lesen aus dem leben jesus auf seite 764 dass das noch einmal widerspiegelt das gesetz fordert gerechtigkeit ein gerechtes leben einen vollkommenen charakter es fordert nicht den tod das ist die folge aber das ist ja dann alles weg sonst müsste man das gesetz abschaffen wenn das gesetz etwas anders fordern würde der mensch kann dies nicht erfüllen in seiner sündigen natur ohne zusammen zu sein mit der göttlichen natur ist es dem menschen nicht möglich das zu erfüllen er kann den anforderungen des göttlichen willens nicht genügen aber christus und hier ist ganz wichtig der als mensch auf die erde kam christus der mensch christus der mensch führte ein heiliges leben und entwickelte einen vollkommenen charakter er bietet diese möglichkeit jedem an der sie für sich in anspruch nehmen will sein leben bürgt für das leben des menschen sein leben bürgt für das leben des menschen so erfahren sie durch die langmut gottes vergebung ihrer in der vergangenheit liegenden sünden mehr noch christus durchdringt die menschen mit den eigenschaften gottes er formt den menschlichen charakter nach dem himmlischen vorbild und verleiht ihm geistliche kraft und schönheit dadurch wird gerade die gerechtigkeit des gesetzes in christi nachfolgen erfüllt es gilt dass gott allein gerecht sei und gerecht mache den der da ist des glaubens an jesus durch sein leben und durch seinen tod bewies christus dass die gerechtigkeit gottes nicht seine barmherzigkeit zunichte macht sondern dass die sünde vergeben wird dass das gerecht ist und gänzlich gehalten werden kann satans anklagen waren widerlegt gott hatte den menschen einen eindeutigen beweis seiner liebe gegeben so es ist ganz klar zumindest wenn wir es mit einem einfachen verstand verstehen wollen das gesetz fordert gerechtigkeit diese gerechtigkeit kann kein mensch der nach adam geboren ist wieder geben wir sind haben nicht nur eine sündige natur sondern wir haben diese sündige natur benutzt und sind sünder aber wir können vor gott nicht stehen solange wir nicht gerecht sind so musste gott für einen menschen weil wir durch adam alle in diesen zustand gekommen sind musste er auch durch einen menschen durch christus einen neuen weg schaffen wo bewiesen wird das gesetz ist möglich sogar in einem in sozusagen sogar in der sündigen natur die der mensch hat wenn der mensch nur kombiniert werden könnte wieder mit der göttlichen hätte die fähigkeit und bekäme die fähigkeit auch diese natur als mensch zu überwinden weil das muss ja bewiesen werden das muss gezeigt werden das gesetz ist erfüllbar durch den menschen und es konnte nicht mehr erfüllbar sein deshalb musste christus kommen und es für den menschen als mensch erfüllen um mich dann zu befreien es zu erfüllen zu können haben wir sowas gelesen nein um mich zu beruhigen ich kann es sowieso nie schaffen nein sondern um das was mir nicht möglich war zu tun nämlich mir es zu vermitteln damit ich durch den glauben es in mein leben aufnehmen kann und das zeigt so schön diese skizze mit dem kreuz christus stirbt am kreuz er wird hier zur sünde gemacht sünde ist die wellige natur ist die die ist sind die sünden der menschen weil ich bin das ich habe nur eine sündige natur ich kann aus dieser natur heraus keine einzige rechte tat tun bis zum kreuz bleibe ich im tod deshalb sagt die schrift so schön dass durch den tod uns das leben gegeben wurde weil hier am kreuz sterbe ich nicht in der realität sondern christus hat mich ja übernommen und jeden menschen er übernimmt das der paulus schreibt das so schön im galater brief in kapitel 6 im vers 14 von mir aber seit ferne mich zu rühmen als nur des kreuzes unseres herrn jesus christus durch das mir die welt gekreuzigt ist und ich der welt ja und mit der welt ist der zustand des sündigen menschen die sündige natur gemeint die welt ist mir gekreuzigt durch christus mein leben geht dahin ich komme hier ich will mich mit nichts anders rühmen als mit dem kreuz christi weil ich hier am kreuze um meinet willen ist christus an meinem kreuz gestorben damit er aber nicht mich tötet sondern mich erlöst und zwar indem jetzt das leben jesus in mein leben kommt und ich bekomme eine neue ich werde zu einer neuen kreatur ich bekomme christus in mir hier kommt jetzt christus in mich hinein und wenn er kommt bringt er ein geschenk mit sich und das ist das geschenk der vergebung alles was ich jesündhaft getan habe in meinem vergangenen leben wird durch die sündlosigkeit christi abgedeckt und ich stehe vor dem gesetz wie wenn ich nie gesündigt habe das gesetz findet an mir null chance null sünde weil jetzt sein leben mein leben geworden ist weil das gesetz das kreuz ist nichts anderes als ein austausch des lebens es gilt nämlich weder beschneidung noch unbeschnitten sein es gilt nur eine neue kreatur ich muss zu einer neuen kreatur werden und ich werde durch diese zu einer neuen kreatur indem ich in christus ehre in mich und ich in ihn ich in ihn am kreuz und ehre in mir nach dem kreuz ich in ihn er tötet die sündige natur ohne die ich ja nie frei werden könnte von der sünde und bringt mir durch den tod der sündigen natur bringt er mir die göttliche natur dadurch ist ja meine sündige natur nicht weg sie ist nur getötet der alte mensch ist gestorben deshalb sagt der pausen römer 6 achtet euch dafür dass ihr tot seid gegenüber der sünde aber wie sieht es aus nach dem kreuz weil christus ist ja nicht am kreuz geblieben er ist hier auferstanden ich habe nicht noch eine andere farbe aber hier ist der zweite adam komplett gemacht hier ist christus zu einer neuen kreatur hier geht er als neuer mensch als neue kreatur in himmel ein wird zum hohen priester um in mir durch seinen heiligen geist zu seine göttliche natur zu vollziehen er will in mir die frucht seines seines lebens die frucht des geistes die vollkommene liebe zum ausdruck bringen und das wird es sein wenn ich nach dem wandel nach dem licht das mir gegeben wird tagtäglich in diese sache wachsen so das ende muss also sein dass christus und ich eins werden so wie er mit seinem vater auf erden eins war so muss der christ auf erden eins mit christus werden deshalb müssen wir bei jesu wiederkunft vollkommen und tadellos unbefleckt sein ich brauche natürlich bis ich heranwachse zum vollen mannesalter christi bis die jünger herangewachsen sind hat christus sie getragen petrus war bekehrt aber da waren noch in seinem leben dinge die von denen wusste er nichts und von denen wollte christus ihm sie offenbaren aber er hat sie nicht verstanden bis er nicht hart aufgefallen ist auf den boden und dann hat er sie verstanden so gott bedeckt meine meine noch nicht erkannte wahrheit weil ich bleibe in dem was ich gelernt habe da falle ich nicht mehr aber ich lerne jeden tag mehr christus in mein leben einzubauen bis christus mich völlig eingenommen hat und dann in dieser zeit brauche ich natürlich die bedeckung die gleichzeitig mitgeht aber ich muss zu einem punkt kommen wo ich mit christus so eins bin dass ich die bedeckung nicht mehr brauche dass ich nicht mehr dahin kommen muss irgendeine bewusste sünde zu bekennen es muss es muss dahin gestrebt werden unbefleckt und tadellos vor gott zu stehen die meisten und wir haben aus als adventisten uns manchmal damit wir ein kleines schlupfloch haben ja wir gehen nicht so weit dass wir sagen christus starb am kreuz und er hat den und hat den tod für uns überwinden und dann könnten wir ja tun und lassen was wir wollen wir haben keine verantwortung mehr nein so weit gehen wir nicht aber wir bleiben irgendwo stecken in unserer heutigen betrachtung dass wir sagen das schaffen ist nie möglich so werden wir ganz egal wie viel wir mit gott zusammenarbeiten ganz egal wie viel christus in mir heranwächst es ist nicht möglich dass er so heranwächst dass ich sein ebenbild vollkommen darstelle weil es ja eine sache des glaubens ist weil realistisch ist das nicht und so kommen wir immer zu diesem punkt zurück ja er ist nicht nur für unsere sünden gestorben in dem sinne dass er sie uns an unserer stelle sozusagen bezahlt hat den tod und wir sind jetzt vom tod befreit wir müssen auch was tun nur schaffen wir es nicht und wir müssen es ja letztendlich auch nicht schaffen weil in christus ist die ganze gerechtigkeit erfüllt worden habe das jetzt so häufig versucht zu wiederholen in den letzten stunden ich wiederhole es noch einmal das ist nicht das evangelium christi dafür lebe ich nicht dafür brauche ich keine gnade und keine wahrheit um aus mir nur einen halben wiederhergestellten menschen zu machen hat christus vollkommen gesiegt durch christus allein konnte henoch überwinden es war das leben jesu das das leben des henoch zu einem überwindenden gemacht hat es war das leben jesu das den elia zu einem überwinder gemacht hat und es wird das leben jesu sein in mir die mich zu einem überwinder gemacht hat ja wenn ich an den stellen falle die ich noch nicht erkannt habe an denen so wie petrus so wie die jünger sie wussten nicht obwohl jesu gesagt hat aber sie haben es nicht kapiert dass jesus nicht gekommen war ein irdisches reihe aufzurichten und so waren sie so verblendet von ihrer sache und erkannten sich so wenig und jesu hat sie gewandt aber dann kam die krise und sie fielen alle aber sie fielen nicht so dass sie verloren gingen sie fielen und ihnen wurde ein großes licht klar und aus diesem licht erholten sie sich sie bekehrten sich und gingen dann weiter und bedurften der buße und bekehrung täglich auch weiterhin bis sie es geschafft hatten das ebenbild jesu völlig wiederherzustellen und für ihn sterben zu können so ich brauche beides ich brauche die vergebung ich muss bedeckt werden vor dem gesetz sonst tötet es mich aber wenn ich nur an die bedeckung glaube und nicht auch dass ich vor dem gesetz stehen muss in der gerechtigkeit vom gesetz gefordert die christus für mich erarbeitet hat aber in mein leben hinein gebracht werden muss ich in ihm und er in mir dann werde ich nicht erlöst werden dann werde ich es wird der glaube mir nicht als zur gerechtigkeit gerechnet sondern wird mir zur verdammnis gerechnet weil ich nicht glaube dass gottes möglich hat kann mir das zu geben was er auch im leben jesu getan hat entsprechend meinem licht entsprechende sache das werden wir noch nächstes mal wenn wir von den bündnissen reden sprechen aber lasst uns das verstehen die gnade gottes muss aus einem unschuldigen nein muss aus einem schuldigen vor dem gesetz einen unschuldigen vor dem gesetz stellen es muss den menschen wiederum in die fähigkeit bringen diesem gesetz völlig zu entsprechen dann hat sie ihr ziel erfüllt ja nicht alle menschen haben das licht und die zeit alles in ihrem leben bis zur völligen einsein mit christus zu tun der schecher am kreuz hatte die zeit nicht er wurde aber geprüft in seinem glauben er blieb in christus obwohl christus vor ihm starb und er hat seinen glauben nie zurück genommen er war fest an ihn gebunden und deshalb wird das versprechen auch in erfüllung gehen wenn jesus kommt wird er ihn auferwecken so so jeder mensch der stirbt während christus in ihm am wirken ist der wird erlöst auch wenn er noch nicht das ziel erreicht hat aber das ist ein anderer zustand wie wenn jemand sagt naja ich werde das ziel sowieso nicht erreichen in dem passiert nichts der der kann zur lösung nicht kommen weil er erlaubt sich naja jetzt gucken wir uns halt die fußball weltmeisterschaft an ist ja nichts schlimmes sind ein bisschen kampf und ein bisschen streit und ein bisschen es ist doch menschlich und es spielt doch nicht so eine große rolle ob ich mich jetzt zur entspannung mal einen krimi ansehe ja es ist es ist häufig aber es entspannt doch meine fleischliche natur so gut und so für sowas ist christus nicht gestorben wer mit der sünde spielt wer sich erlaubt das wovon ihn gott freigemacht hat wieder hinein zu gehen der ist so wie der der das gespiehene wieder ist sein zustand sagt jesus ist schlimmer wie vor seiner bekehrung wenn der dämon ausgetrieben wird das haus ist sauber und jetzt wird er wieder reingelassen und bringt noch ein paar kumpanen mit dann ist sein zustand viel schlimmer jetzt wie damals so lasst uns das verstehen die erlösung ist ein prozess wer einmal in christus ist kann keine garantie dass er es schafft er muss in christus bleiben nur in christus bleiben ist der erfolg garantiert jeder der sich erlaubt aus christus heraus zu kommen sagt naja herr heute habe ich mal keine lust heute mache ich das wie ich denke und gehe meinem fleische nach du darfst aber dann ist der geist gottes wieder nur draussen nicht mehr in einem herzen es ist die notwendigkeit deshalb werden wir ja versucht satan möchte uns aus christus herausholen er möchte uns vom bleiben in christus herausnehmen weil nur die in christus bleiben werden es schaffen sagt jesus bleibet in mir wer in meinen worten bleibt der wird die wahrheit erkennen und die wahrheit wird ihn freimachen und die wahrheit wird ihn freimachen von der sünde weil die sünde ist eine lüge und wer an die lüge glaubt der muss sterben so der glaube hat zwei phasen er hat die phase des annahmens nehmens des lebens jesus in mein leben aber die zweite phase ist an diese gebunden des bleibens in christus und in christus bleiben erfordert einen kampf erfordert ein streben erfordert ein wachsam sein erfordert allen fleiß dran zu setzen wie unser lieber petrus es sagt in seinem brief in seinem zweiten brief im kapitel 1 und kapitel 3 es erfordert die ganze anstrengung die ganze hingabe des menschen und nicht nur eine hingabe sondern auch eine aktive mitarbeit bis christus völlig eins in unser leben geworden ist deshalb in christus bleiben ist und erfüllt nur die bedingung zum leben die ägypter die israeliten sind aus ägypten ausgezogen aber sie sind und haben geglaubt sie haben christus als erlöser angenommen sie haben das blut christi an ihre pfosten gestrichen aber sie sind nicht im glauben geblieben sie sind in der wüste alle gestorben genauso auch wir heute es reicht nicht dass wir einmal den weg mit gott angefangen haben wir müssen den weg bis zum ende gehen willst du das ich will es amen